hallo meine lieben und herzlich willkommen zu einem ganz neuen let's play mit mir gelato 86 und dem spiel world of final fantasy ja es sind jetzt zwei wochen vergangen seitdem der release war jetzt habe ich endlich geholt und wir können daraus ein let's play machen und ich freue mich riesig auf das spiel also starten wir es einfach mal ohne viel zu quatschen gibt bestimmt ja ich habe ganz kurz die einstellung eingestellt die müsste jetzt richtig sein das sieht so aus wir können auch sogar japanisch machen damit dass die sie bekommen kostenlos sound sprachen so habe ich etwas leiser gemacht und cross brauchen wir nicht ja nun starten wir einfach mal und da würde ich mal sagen einfach let's go sehr viel selten emblem erhalten kolosseum ticket erhalten schnee schoko so nach wie vor wenn zwischen sequenzen sind versuche ich meinen schnaubel zu halten deswegen ja genießt es tick-tock 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 so Ah! Ah! Time to wake up. Okay, die sind irgendwo runtergefallen. Mehr kann ich dem noch nicht entnehmen. Und wir sind jetzt irgendwo als Junge erwacht. Wie süß! Mann, hab ich gut geschlafen. Hm? Warte mal, war das eine Playstation 1 im Hintergrund? Oh, richtig. Ich muss zu arbeiten. So, das heißt ich muss irgendwo hin. Am besten oben zum Sternchen. Gehe ich mal von aus, dass das mein Zielpunkt ist? Ja, dann gehen wir doch einfach mal dahin. Nordpromenade. Man, der ist aber ziemlich, ziemlich müde, oder? Ah! Die Städte sind sicher heute kalt. Kaffee zu 9. Bruno. Interessanter Name. Hey, ich bin hier. Huh? Wie wird sie in, wenn niemand noch hier ist? Guten Morgen! Ich bin wirklich entspannt. Ich hoffe, dass du nicht lange warten hast. Oh, diese hier ist süß. Das ist eine Kundin, okay. Die Städte sind sicher. Oh, genau. Sie braucht etwas Wasser. Oh, nein, danke. Eine Kaffee. Ich meine... Eine Kaffee, bitte. Oh, und bringe die ganze Kaffee. Ich werde es brauchen. Genau. Das ist eine Kaffee. Und ich werde dir eine große Kaffee. Hier gibt es keinen Kaffee, oder? Hey, keine Ahnung. Die Zeit ist kein Problem. Wo ist der Kaffee hin? Hier geht's. Danke. Ja. Okay, anscheinend arbeitet er in einem Kaffee-Laden, oder wie. Ähh... Bisschen viel Zucker? So lange schmeckt. Halb Kaffee, halb Zucker. Hm... Mhm... Halb Kaffee, halb Zucker. Ja. Okay, du bist besser. Der Zugfee Cupcakes! Entschuldigung! Also, was ist passiert? Sie sind alle Ohren. Nein, du musst nicht alles sarcast... Äh... Sie sind wirklich alle Ohren. Äh, was? Vergiss es. Hat jemand heute Morgen? Ja, ich meine... Ich schaue direkt an dich, nicht wahr? Und da ist der Gast. Was? Ah! Hallo! Du siehst nicht? Ja, aber... Schau! Komm mit mir jetzt! Easy! Es gibt niemanden hier! Also, es ist ein kaltes Morgen. Vielleicht haben sie nur... Ich... meine... niemand! Lon, hast du heute heute jemanden, außer ihr? Äh... Jetzt, dass du es erwähnt hast, glaube ich nicht. Und... das nicht auf die Angelegenheit? Äh... Wieso? Siehst du... Sie sind wirklich nicht ein Ding. Huh? Was war das? Wer bist du? Wenn du von der Stadt... dann... ich weiß dich nicht. Aber... Raine... Sie sind wirklich nicht ein Ding. Sie sind einfach nur meine Frage. Sie können mich... Anna... Crowe. Anna Crowe. Anna Crowe wird funktionieren. Okay, also... Wir sind nach einer ghost town heute Morgen. Vielleicht wissen Sie warum? Ja, Sie sind ziemlich allein. Aber Sie sind immer schon. Huh? Diese Welt... Sie sind immer die zwei von Ihnen. Eine Welt ohne Zeit. Eine, die Endeffekte, als es begonnen hat. Was? Das ist das Wichtigste, was ich gehört habe. Aber keine Angst. Nur weil die Welt Endeffekte, das bedeutet, dass es irgendwo geht. Sie wissen, ich habe mich auf die beiden. Bis zum nächsten Mal, Sie waren nichts, als Blank Stairs. Also, imagine meine Überraschung, wenn Lon genommen hat meine Ordnung. Was ein Morgen. Okay... Jetzt bist du irgendwie schützt mich. Also, jetzt bist du awake, wir haben eine Geschichte zu erzählen. Das bringt uns zu... Tama! Genau hier! Ah! Wer hat dieses Ding auf meine Kopf? Ja. Ich versuchte ihn vorhin. Du gehst von hier. Ich gehe weiter und verlinke einen Weg. Du bist! Huh? Hey! Du kannst einfach weg. Ich habe viele Fragen. Warum bist du auf meinem Kopf? Und wie lange ein Vogel sprechen kann? Das ist wirklich die erste Szene auf deinem Kopf. Jetzt sehe ich, warum in Akro ist bereit, dass sie bereit sind. Das ist wirklich die erste Szene auf deinem Kopf. Hey, Lon. Take it easy there, Lon. Ich dachte, du warst zu... Ich dachte, du warst zu... Let's start the over. I'll make us some of the coffee. Oh! Yes, bitte. Aber ich habe schon ein bisschen coffee bevor du hier bist. Wie kannst du einfach mit diesem Regen? Chew die Owl! Du lebst viel länger. Ja, Lon. Du darfst nicht anfangen mit so viel Stress. Oh! Würdest du lieber etwas Zucker? Three cubes für dich. Right, Lon? Ich bin gut mit nur einer. Nein! Ich... 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 Aber ich habe gerade gesagt, ich... Ich... Du weißt, was? Gib mir mir meine verdammte Koffe. Barrage-Kieper? Ich und Rain? Das ist richtig! Die, die Marken auf deinen Armen, sind Beweis. Du warst, um die Miracle zu arbeiten. Miracle? Unsere Arme können... ... das tun? Mann! Wie konnte du es vergessen? Du warst, um eine ganze Legion zu behalten! Du warst, um sie zu behalten! Du warst, um sie zu behalten! Du warst, um sie zu behalten! Powerful, lebende Illusionen, wie die Mirage! In der Tat, sogar die Plei hat dir geantwortet, und diese sind die sieben stärksten Mirage aller! Mit ihrer Kraft, du hättest du über all die Welt regiert! Oh... Interessant! Also... ... ... wir könnten die Welt regiert haben? Weil... ... was? Wir kontrollierten diese Mirage? Well, das habe ich gehört! Von von von? Was meinst du? In einer Krow, der mir natürlich erzählt hat! Aber ich bin nicht die Riemannsing! Ich muss euch euch zu erzählen, wie die Mirage wieder benutzt! Was? Wie ist das? Mit diesem Prismarium, wird dir in deinem eigenen Prismarium geben! Also, was macht es? Mit diesem Prismarium, wird das Mirage in der Tat deinem, und du kannst es in alles, als ob alles, was du besonderst! Also, lass uns das jetzt versuchen, in glücklichem Kampf! Warte... Huh? Let's go! Jetzt gibt's wahrscheinlich ein kleines Tutorial, das wir durchlesen! Ich bin so gespannt auf das Final Fantasy, ich kenn's nicht, ich bin... Boah! Voll gehypt! Deswegen, umso mehr freue ich mich, hier spielen zu dürfen! Und daraus ein geiles Let's Play zu machen! Okay! Geh an, dann greife ich mal an! Ja, dann greife ich mal an! Okay! 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 Okay, manche Attacken, verbrauchen... Ach nee! Alles klar! Aufgepasst! Jetzt geht's ans Kämpfen! Jawoll! Der Schnellste darf zuerst angreifen! Und dann geht es nach der Reihe nach! Das nennt man den ATB! Active Time Battle! Siehst du die lange, dünne Leiste an der Seite? Wenn das Symbol eines Charakters die Spitze der Leiste erreicht hat, kannst du das Kommando auswählen! Das ausgewählt, das ausgeführt werden soll! Mit R kannst du Charakter einfach hin und her überspringen! So, Fähigkeiten mit den Tasten automatisch zugeordnet! Drücke in einem Kampf einfach die entsprechende Taste und tada! Die Fähigkeit wird ausgeführt! Jawoll! Das Ziel wird automatisch ausgewählt! Also darfst du nur noch die Fähigkeit der Taste drücken und schon geht's los! Fähigkeiten werden den Tasten in der Reihenfolge zugewiesen, in der sie erlernt wurden! Im Kampfmenü kannst du das jedenfalls einstellen! Alles klar! Wir machen einfach mal hier ein Dreieck! Das heißt, Attacke! Was?! Die erste Attacke ging fehl! Schande! Nochmal! Natürlich! Ich treffe! Juhu! Aktionspunkte! AP! Um Fähigkeiten oder Begegen im Kampf einzusetzen, brauchst du Aktionspunkte! Jawoll! AP füllen sich für eine bestimmte Anzahl auf, wenn eine Runde vorbei ist! oder wenn ein Charakter die Schwachstelle des Gegners getroffen hat! Für ganz besondere, starke Fähigkeiten verbraucht man ganz besonders viel AP! Also spar dir für den richtigen Moment auf die AP! Die meisten Miragen, nennt man das Miragen? Miragen? Haben Schwachstellen, die du im Kampf zu deinem Vorteil nutzen kannst! Kannst du sie aufdecken, wird der Kampf gleich einfacher! Okay! Und wie decke ich die auf? Ach! Ich hab verteidigt! Okay! Wir können das auch natürlich einfach hier... Das ist das alte Nostalgie! Oh! Das ist toll! Wir haben keine Fähigkeiten! Wir können angreifen! Yuruku! Yurugu! Vielleicht sollte ich mich doch an das neue System gewöhnen! Anders schnell! Mit den Tasten drücken! Aber ich glaub das ist eher und einfacher! Achso! Mit R1 kann ich den Kampf beschleunigen! Alles klar! Okay! Hier stehen drei verschiedene Kampfmodi zur Auswahl! Der Aktiv, Semiaktiv und der Haltemodus! Im Aktivmodus geht der Kampf auch dann im Unterbrochen weiter, wenn du im Fähigkeitenmenü eine Auswahl triffst! Die Kämpfe erhalten dadurch einen höheren Tempo! Jawoll! Wenn du im Haltemodus an der Reihe bist, wird die Zeit angehalten, bis du eine Aktion ausführst! Dadurch erhältst du eine kleine Verschnaufspause! Jawoll! Im Menü kannst du zwischen den verschiedenen Modi hin und her wechseln! Ist der Aktivmodus zu schwierig, wechsel einfach zur Eingewöhnung in den Haltemodus! Eine Sache noch! Wenn du im Kampf die Airlines Taste drückst, kannst du Kampfkommando öffnen! Weil so viele Leute den Anblick ganz nostalgische Gefühle bekommen! Wenn wir es klassischer Art! Jawoll! Nennen wir es klassischer Art! Das ist das, was ich gerade gesagt habe! Einige Kommandos wie Erlöser oder Fliehen lassen sich auch nur in dieser Ansicht verwenden! Natürlich haben Aktiv- und Haltermodus auch ihren eigenen Einfluss darauf! Wie die Zeit vergeht! Ach ja! Die klassische Art erlaubt es dir, dein Ziel selbst auszuwählen! Klassisch empfiehlt sich also, wenn du mehr Einfluss auf den Verlauf des Kampfes haben möchtest! Okay! Mehr Kontrolle! Also mache ich Klassisch! Okay! Alles klar! Im Hinterkopf behalten! Deswegen für die Kleinigkeiten kann ich es so ganz normal lassen! Und wenn ich dann einen Boss kämpfe, gegen einen Boss oder so, dann wahrscheinlich eher auf Klassisch, dass ich dann präziser kämpfe! Würde ich jetzt mal so behaupten! Nein! Warum Schutz? Ich muss mich erst mal dran gewinnen, dass X kein Angriff ist! Sondern nur Verteidigung! Aber das kann ich ja zuweisen, ne? Yes! Unser ersten Kampf! Gewonnen! Und wir bekommen Erfahrungspunkte! Wie süß! Und sieben Gil... Tja! Jetzt dürfte dreimal raten, woher Gilato sich ableitet, der Dame. Hust, hust, Gil! Wieso? 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 Es ist schwer zu glauben... Ich bin sicher, dass es ist! So wie ich kann, dass ihr zwei alles verloren habt. Alle Erinnerungen und Erfahrungen, die du schon einmal erzeugt hast. Oh! Aber warte! Natürlich, das hätte passieren können, wenn du in dieser Welt warst. Huh? Also, nicht nur die Erinnerungen die Erinnerungen hatten, sie wurden verletzt, auch die Erinnerungen der Erinnerungen der Erinnerungen? Aber... Miragen... 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 Miragen...